Ein Sport, der für euch nicht auf Gleichstand spielen kann, ist das Volleyball. Speziell im Novo Hotel gehabt, dass ich nicht mal Volleyball aufwecken kann. Vom Novo Hotel 2016 erwähne ich mir eine super Leistung von allen Äquipen. Einmal das Ziel gesagt ist, mein Bestes zu gehen, an dem Novo Hotel zu gewinnen. Kommt uns auf dem Novo Hotel unterstützen, denn wir brauchen erst!